Hey, ich bin Jonas. Wenn du über ein Studium in den USA nachdenkst, aber nicht weißt, wie du es erreichen kannst, dann hast du gerade den richtigen Ort gefunden. Wahrscheinlich hast du viele Fragen. Ist es eine gute Idee, in den USA zu studieren? Wie finde ich die richtige Universität? Was, wenn mein Englisch nicht gut genug ist? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? Und sind meine Noten gut genug, dass ich und meine Familie es sich leisten können? Ich habe ePro360 gegründet, weil ich einmal genau an deiner Stelle war. Und ich es auch schwierig fand, die richtige Universität zu finden und dann tatsächlich als internationaler Student in die USA zu kommen. Heute habe ich Antworten auf alle Fragen, was ein Studium in den USA und die Zeit danach angeht. Du erhältst bei uns immer eine Garantie, dass du an der für dich besten Universität zugelassen wirst. Ein komplettes Bachelor- oder Masterstudium in den USA kann eine der prägendsten Entscheidungen in deinem Leben sein, vor allem, wenn du von Anfang an mit den richtigen Informationen und den Mentoren ausgestattet bist, die dich dort hinbringen. Die beste Möglichkeit, um herauszufinden, ob du dich für ein Studium in den USA qualifizierst, ist, dass du dich heute bei uns für eine kostenlose Erstberatung registrierst, in der wir alle Fragen beantworten können. Wir freuen uns darauf, deinen amerikanischen Traum wahr werden zu lassen. Das war es natürlich auch sehr. Das war es ja auch sehr, 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 sehr. Das war es ja auch schön. Das war es ja auch schön. Und das war es nicht so sehr, sehr, sehr spieler. Und ja auch nicht die Frage. Und das war es sehr, 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 sehr viel. Und das war völlig alles, sehr, sehr großzulich. Vielen Dank.